Hallo, hallo, hallo. Meine Stimme ist noch belegt. Es ist 6.30 Uhr. Ich bin in einem Hotelzimmer in Wolfsburg und werde heute meinen Sportblock von hier aus machen. Was ich hier mache, das seht ihr nach dem Intro. Und warum ich es überhaupt mache. Ha, bis gleich. Meine Stimme ist noch ein bisschen belegt, weil ich heute noch nicht so richtig viel gesprochen habe. Ich bin gerade erst aufgestanden. Es ist 6.30 Uhr und ich habe noch einen Termin in Wolfsburg heute. Und weil draußen voll das Scheißwetter ist und auch noch Stocke Duster. Da sieht man das hier. Guck mal. Total dunkel. Mache ich einfach im Hotelzimmer ein bisschen Sport, damit ich was gemacht habe heute. Ja, jetzt muss ich erst mal noch eine Minute wach werden und dann geht's los. Also, die Musik kann jetzt beginnen. Und wie geht's mit Jonas. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 kann jeder von euch machen, jeden Tag, jeden Morgen oder jeden zweiten, ob unterwegs oder im Hotelzimmer. Alle Übungen, die ich heute gemacht habe, habe ich nur mit mir selbst gemacht, keine Geräte gehabt. Das heißt, nachmachen ist angesagt. Total easy peasy, wenn man will. So, eigentlich wollte ich ja heute joggen gehen, aber draußen ist es zu dunkel, zu kalt und zu windig. Ausreden hat man immer. Deswegen habe ich hier im Zimmer was gemacht. Also, wir sehen uns beim nächsten Sportvlog. Cheerio mit Sophie. Bis zum nächsten Mal.